Das heißt Dark Oak Wood. Aha, ne, wir bringen mal was davon mit. Äh, ja, es ist aber glaube ich keins, also. Alter, wie lange hält denn die Nacht gerade an? Er ist ja mega krank gerade eben. Ja, mindestens ein Jahr. Ähm, entweder ich bin gerade an einer komplett anderen Stelle, als ich eigentlich sein sollte. Oder ich weiß auch nicht mehr weiter. Bist du. Keine Ahnung, ist das Problem. Ich habe ihm gesagt, bist du. Bist du an der falschen Stelle, wo du nicht sein solltest. So, ich fahr jetzt aber mal da um drum. Nein, select das. Ja. Bei euch auch. Boah, lass doch ein lieber Tag werden, Mann. Ja, das ist voll krank, Alter. Bei mir ist auch gerade ewig lang schon Nacht. Das dauert einfach so lange, weil die Legs, äh, das hinaus zögern. Den Dach zurücksetzen, genau. Nein, nicht zurücksetzen, das zögert das hinaus. Kann einfach nicht berechnet werden, das ist das Problem. Ey, das ist doch ein Scherz, ey. Ernsthaft, weißt du? Jedes Mal, wenn ich... Du musst Slash-Time-Day eingeben, dann funktioniert es vielleicht. Machst, äh, kriegst du auch nicht geschissen. Du hast keine Rechte. Dann ist klar nicht da oben. Man kann es trotzdem mal versuchen. Man kann es mal versuchen. Komm, Nico. Äh, Nils, versuch's. Oh, geil. Nee, lass mal. Ich hab mal ein anderes Biom gefunden. Echt? Ein Plains-Biom. Aber ist mal was anderes. Wüste, 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 Wüste. Die ganze Zeit bewegt man sich durch die Wüste. Also ich bin bei einem, äh, ganz normalen Baum-Biom. Ja, das ist ja Plain. Nein, nein, mit Wäldern. Okay, jetzt... Oh, geil, hier sind Schafe und arschdrecksviele Schweine. Und Hühnchen. Nein, das sind Blumen. Verfluche den neuen, äh, Generator, Alter. Was wollen die? Soll ich weiter in den Norden wandern, damit ich was find? Oder was soll der Scheiß? The winter is coming. Winter rise. Oh, nein! Oh, doch. So, jetzt hab ich ne grüne, äh, Graslandschaft gefunden. Ey, Nico. Hm? Könntest du nicht auf den Server vielleicht, äh, Schokobos draufpacken? Nein. Wieso nicht? Pinke Schokobo, miau! Ich werde jetzt nicht weiter drauf eingehen. Im Hexed-Spielen hast du die automatisch drinne. Ja, das wird's blöd. Ach, jetzt bin ich in dem Waldbjom. Das ist gut. Mal was anderes. Ich glaub, du musst wirklich nicht so, ich bin, glaub ich, die ganze Zeit so Osten oder Westen gelaufen, aber wenn man das so, wenn man das wie ne runde Erde nimmt, dann bringt das ja eigentlich nur was in Norden oder Süden zu gehen. Das ist voll krass, wie man eigentlich automatisch immer im Kreis läuft, ne? Nee. Ich bin jetzt wieder bei 1900, 1800, 1200. Nee, das ist nicht Phänomen. Ich bin auch langsam auf dem Weg zurück. Ich versuch langsam irgendwie den Weg zurückzufinden, weil ich irgendwie's geschafft hab, irgendwie komplett Bullshit zu lassen. Aber ich kann uns ja die Koordinaten sagen. 50 minus 150. Nils kämpft gerade gegen drei Creepern, Skelett und einen Zombie. Easy. 50 minus 150 sind die Koordinaten. Nils, das ist alles immer noch GG. GG easy. Ich hoffe, dass die Leute, die sowas sagen, gebannt werden. Ich glaube, es ist ein Tag. Kann ich machen. Ey, Peppi, habe ich dir meine neue Bauidee eigentlich schon mal vorgestellt? Die werde ich nämlich anfangen demnächst. Das ist was mega Geiles, was mega Großes leider auch. Ich denke mir aber sicher, dass es dich auf jeden Fall nicht erfreuen wird, weil du ja mehr auf Burgen stehst. Aber ich glaube, es könnte sogar deinem Stil entsprechen, falls du darauf eingehen willst. Jetzt hau raus. Ich muss dir Bild schicken, ich kann das nicht erklären. Jetzt hau raus. Nee, das will ich noch nicht spoilern, weil wenn dann schicke ich es dir per Message, nicht auf Minecraft, oder erzählst dir irgendwann danach. Uh, das sieht hier... Oh, Creeper. Leck mich am Arsch, Alter, geh weg. So, jetzt erstmal Komm noch, da hinten muss bestimmt noch ein Dorf sein. Ich rieche es förmlich. Hast du es im Murin, ne? Ja, ich habe es mega im Murin. Also, klebt auch in meinem Pimmel fest. Kann jetzt Tag werden, dass ich kurz nachgucken kann, wo die Koordinaten sind. Ah, ein Tempel. Ich wette, ein Tempel, den habe ich schon gelootet. Hundertprozentig ist es der Tempel, den ich vorhin mal hatte. 2800, ich glaube, da war ich nicht. Wie viel Ram wurde bitte dem Server zugeteilt? Einer? Zwei? Nee, wir haben zwei. Ja, ich denke, ich bin mit 100% sicher, bei dem Teil war ich schon. Boah, ich bin kreisgelaufen, ernsthaft. Schade, schade, Schokolade. Ich werde das schaffen. Schaffen? Da müsste eine Öffnung sein. Ja, genau, war ich schon. Dann gehen wir mal hier lang, straight in die Richtung. Was zur Hölle, haben die da gebaut? Wer? Laser und so. Wo sind die denn? Du bist doch gerade auf Exkursion. Ich wollte eigentlich nur in den Waldfarmen gehen. Äh, ja, dann schreibt die Position auf, dann wissen wir, wo die sind. Können wir mal vorbeikommen. Was haben die denn gebaut? Die sind direkt am Spawn. Warum machen die das immer am Spawn, ey? Ernsthaft. Was haben die denn gebaut? Ich würde nie direkt am Spawn bauen. Dorf gefunden, Dorf gefunden, Dorf gefunden, Dorf gefunden, Dorf gefunden. Ähm. Äh, 1900, 700. Peppy. Ein ungelootetes, ganz frisches Dorf. Mit Dorfbewohnern. Wie waren die Koordinaten? Ähm, 1850, 800. Nein, nicht vom Dorf, sondern vom Haus. Da ist sogar ein Esel. Äh, Esel mit Truhen? Äh, nein, ein Esel mit Taschen. Ja, mein ich ja. Mit Kiste als Truhe dran. Äh, nein, 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 kein Esel mit Kiste. Ah, die ist schon zur Hälfte gelootet, oder irgendwie ist da... Ja, ja, du hast mein Dorf gefunden. Ah, okay. Ach, das ist ne Monsterfalle, was die hier haben. Ach, echt? Ähm, 50, 50, 50 waren die Koordinaten, oder? Wenn du in dem Biom dich umguckst, siehst du da so mindestens 40 Pferde. Ja, das Dorf hast du schon gelootet. Du hast kein Weizen mitgenommen. Ich hab Kartoffeln und Karotten mitgenommen, weil wir Kartoffeln... Ja, das ist schon mal ziemlich gut. Ich nehm grad noch den restlichen Weizen mit. Das Koordinat... Die Koordinaten von unserem Heimatdorf sind... Was soll ich nochmal? 50 minus 150. Oh mein Gott. Das könnte ein bisschen dauern. Also, ich muss auf 50. Ja gut, dann würde ich mal sagen, dann scheiß auf das Dorf, dann such ich auch mal weiter. Boah, geil, bestes Angebot ever. Sieben, ähm... Sieben Smaragde gegen, ähm... Alter, du hast recht, das sind mega viele Pferde. Soll ich ein Weißes mitnehmen? Ja, kannst du machen. Bring mir das Weiße mit, dann bin ich Gandalf. Ja, ich hätt's Weiße für mich... Nur wenn du weißt, wie das Pferd heißt. Ah, Aldolf. Nö. Um dich auf einen netten Adi... Ich meinte eigentlich Nils, aber egal. Ah, Krieg 17. Du weißt mich Pferdchen, ich reite dich jetzt. Orange Blumen? Ja. Gibt mittlerweile jede Farbe fast schon. Schattenfell. Ja, da hast du Google, ne? Wollt grad sagen, ich bin so weit im Süden gewandert, dass ich jetzt schon keine Wüste mehr hab, aber nein, tut mir leid. Jungs, Alter, hört mal auf rumzuwandern, die Lecks sind. Ich versuche ja grad zurückzukommen, aber scheiß drauf. So kann man nicht mal farm. Kein Pech. Ja, dann haben wir halt keine Vorräte. Ich hab Vorräte. Ja, es mag mich, so. So, Sattel drauf und wir reiten jetzt mal los. Ich reite mal in Richtung... 50. Zurück. Boah, Alter, ich hasse das so mit Pferd zu reiten, ey. Weil jeden... Weißt du, alle zwei Meter bleibt das Pferdchen stehen. Ich bin schneller. Weil es leckt. Ja, weil es Pferd so richtig leckt. Ich könnte da sogar drauf verzichten. Weil Mojangas und Wirtschafts hat den Pferd richtig gemacht. Ich hab ein Swamp-Biom. Echt, du? Post. Ähm... 3000 minus 2300. Gut, ich komm nicht vorbei. Das sind 5000, ähm, Blöcke. Jetzt muss ich nur noch warten, bis Nacht wird. Ja. Ich lauf mal feucht-fröhlich weiter. Ich will da mal in eine Clay-Wüste gehen. Clay-Wüste? Clay-Wüste kennst du nicht. Das gibt's jetzt auch. Ja, die bestehen fast nur aus Clay, aber aus buntem Clay und die sehen aus wie Regenbogen-Welten. Nein, den Shunk gibt's nicht, davon lustig. Doch, ist wirklich so. Könntest du vielleicht googeln gehen. Mit gefärbtem Clay. Gibt's wirklich. Nein. Doch. Ich eben noch mal in Minecraft. Mh, doch. Alter, ich kann so kein Holz fahren. Ja, ich bin gleich da und dann bleib ich stehen und dann bin zumindest ich nicht mehr am irgendwas laden. Ich lauf grad zurück. Ich auch, aber das Problem ist, dass ich neu laden in das Gebiet gehen muss. Klingt komisch. Clay-Wüste? Ja. Chaos. Ja, die Idioten. Hey! Komm, wir schauen mal bei denen vorbei. Am Rückweg. So, ich bin gleich bei 50, dann muss ich nur noch 150 in, äh, minus 150 in die Z-Richtung kriegen. Dann nachtel ich keinen mehr nach, bin ich im Nerven, dann könntest du den alles am Arsch vorbeigehen. Oh. Dann darfst du aber keine Lava, wir müssen die Lava doch wegmachen. Was lauerst du denn? Was lauerst du? Oh, nein, 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 kein Fluss. Oh. Die Slava muss weg. Die Slava muss weg. Die Slava muss weg. Jetzt hoffentlich hört er das nie. Alter, ich hoffe, er schaut sich's gerade an. Und denkt sich so, Das gibt Rache! Wuuuuh, Rache! Nein, ich glaube, er denkt sich eher, seit wann machen die den Livestream? Was? Das stimmt ja! Meinst du wegen Can? Hä? Nein, weil wir gerade jetzt gerade live am Spielen sind. Da kann er sich ja jetzt nicht denken. You know? Ich dachte, du hast darauf angespielt, so jetzt im Sinne von, jetzt fühlt er sich gleich dann angesprochen, auch wenn er jetzt nicht, äh, also, auch wenn er später guckt. Keine Ahnung. Hoffen wir jetzt. Hoffentlich schlafen. Vielleicht muss er jetzt niesen, vielleicht muss er gerade niesen. Hatschi. Soll ich? Möglicherweise, ziemlich plausibel. Oh, meine Güte. Wenn's flüssig ist, solltest du mal zum Arzt gehen, Alex. Hahahaha. 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 Selten so gelacht. Es war jetzt schon ein richtiger Slava-Brüller. Ich hab' eine Freundschaft mit, mit nem Küsschen. Was ist denn das hier für ne Blume? Ne geile. Was ist das? Blaue Orchidee. Kannst du die? Ich hab mal, alter, da hat gerade ne blaue Orgie. Blaue Orgie? Geil. Die kauf ich mir auch. Das hat sich grad vorhin so angehört, alter. Das schenke ich meiner Freundin. Hahahaha. Freut sich dann. Achso, das ist dann sozusagen so, ihr macht, habt Spaß und macht Liebe in nem blauen Farbeimer. Nein, blaue Orgie mit mehreren Leuten. Mit nem blauen Farbeimer. Au. Alter, der ganze Wald am Sporn. Ach, hier bin ich, hier bin ich, ich weiß, wo ich bin. Jungs, der ganze Wald am Sporn ist abgefarmt. Von dir. Na, schön wär's. Ich hab mein Geil dazu beigetragen. Ich weiß, wo ich hin muss, ich weiß, wo ich lang muss, ich komm wieder heim, Nils. I'm comin' home, I'm comin' home. Aaaaaah, tut er den. Also, ja, der ist so ziemlich leer, der ganze Wald. Ich seh das Dorf. Ich bin aufm Rückweg. Ich bin wieder heim. Alex, dann lass mal zusammenlaufen, ich bin jetzt auch grad fertig hier. Oh, voll süß hier bei. Gut, dann komm ich zum Sporn. Und schau mal, Tiberius vorbei mit nem Schwert. Das sieht so schlimm aus, alter. Dann schau ich mal, wie die Monsterfalle von denen aussieht, wie scheiße. Ja, da ist ein Brunnen. Ja, lass die Monsterfalle von denen benutzen. Um sie da drin reinzusperren. Da ist ein Brunnen in der Wüste. Ach, really? Ja. Oh, das sieht schlimm. Das sieht schlimmer aus wie die Arche Noah. Die hatte wenigstens noch Stil. Was ist denn so schlimm an der Arche Noah? Steht in der Bibel drin. Hey, da steht ein Pferd, da steht ein Pferd, da stehen zwei Pferde. Ah, nein, das war Alex. Hast du das auch, wie ein Pferd aussieht? Ist das der ihr Haus, was die gebaut haben? Nein, das ist der Monsterfalle von denen. Nicht das, das ist der. Ja, ich bin beim alten Dorf. Wer will mit den Neffern gehen? Ich? Nope, ich habe 5000 Blöcke entfernt. Ich komme nach dem Neffern. Ja, komm Peppi, komm schnell vorbei. Kein Ding. Hey, jetzt kommst du hinterher. Hey, jetzt ist ein Pferdchen. Ich kann Moonwalk. Bereits zu spät durch Nacht und Wind ist der Alex mit seinem Rind. Ah.